Glaubst du, dass man Einzahlungen in den Emerging Markets im Moment auslassen sollte wegen der hohen chinesischen Position? Ja, das ist eine persönliche Einschätzung. Also für mich, ich verfolge ja quasi so die Idee des prognosefreien Investierens. Und dazu keine Prognose zu haben, gehört für mich dazu, nicht zu versuchen zu prognostizieren, ob China in Zukunft dafür sorgen wird, dass der Emerging Market auseinanderfliegt oder nicht. Ich kann aber jeden verstehen, der seine Position reduzieren will. Was du machen kannst, ist, du kannst ein ETF kaufen, Emerging Markets ex China. Dann hast du kein China mit drin, also im Emerging Markets. Achtung, dann ist Taiwan eine sehr, sehr große Position. Und dann kaufst du dir zusätzlich einen China ETF, so einen CSI 300 oder so und den gewichtest du dann relativ gering. Also das wäre so eine Möglichkeit, deinen China Exposure künstlich oder selbst gebaut quasi runterzufahren. Wie sinnvoll oder unsinnvoll das ist, das kann man gar nicht wirklich sagen, weil das Problem an der Sache ist, es lässt sich nicht prognostizieren, ja. Und gerade wenn irgendwo Risiken sind, dann wird man ja auch für gewisse Risiken kompensiert. Das nennt man ja eine Political Risk Premium, ja. Aber diese Political Risk Premium kann halt auch nie zum Tragen kommen. Also diese Möglichkeit gibt es auch, also dass du halt Ewigkeiten ein politisches Risiko trägst. Dieses Risiko wird schlagend, also materialisiert sich, also wird real im Sinne von China greift Taiwan an oder China beschränkt den Zugang zum Kapitalmärkten und so weiter und so fort, ja. Aber ich meine, auch in China sieht man ja, Menschen gehen langsam auf die Straße und Co. Also ich glaube, dieses perfekte Konstrukt, ja, dass alles überwacht wird von, also dieses perfekte Konstrukt aus Sicht der Partei natürlich, scheint ein bisschen zu bröckeln, ja. Was wäre, wenn jeder in den MSCI World investieren würde? Gute Frage. Also angenommen, alle könnten nur und wären nur im MSCI World vertreten, dann gäbe es keine anderen Unternehmen mehr am Markt, außer den im MSCI World. Und wenn dann ein Unternehmen Kapitalbeschaffungsmaßnahmen machen wollen würde, also quasi ein IPO, also Geld einsammeln, dann müssten sie überdurchschnittlich attraktiv sein für Investoren, um quasi ein Konkurrenzprodukt zum MSCI World zu sein. Und das könnte dann super hohe, super hohe Renditeerwartungen sein. Und das würde dann dafür sorgen, dass einige Leute den MSCI World verkaufen und diese Aktie kaufen. Und wenn diese Aktie dann eines Tages mehr wert sein sollte als die letzte Position im MSCI World, dann würde diese Aktie mit in den MSCI World aufgenommen werden. Aber das ist eine rein, rein theoretische Denke. Macht es Sinn, 20.000 Euro auf einmal zu investieren oder den Sparplan monatlich zu erhöhen? Beides ist fein. Also du kannst den Sparplan erhöhen oder auf einmal investieren. Das Problem ist immer, rein mathematisch gesehen, ist es natürlich sinnvoll, auf einmal zu investieren, weil langfristig steigen ja die Märkte. Auf der anderen Seite hast du natürlich das Risiko, dass genau danach der Markt einbricht. Aber wenn du sowieso einen sehr langen Anlagehorizont hast, sollte das keine Rolle spielen. Da kann es dir eigentlich relativ egal sein. Hi Thomas, meine Freundin hat seit fünf Jahren einen Sparplan über die Sparkasse lautet. Wir kaufen einen Deka-Fonds sehr wahrscheinlich. Ich habe mir nun seit zwei Monaten täglich dein Wissen reingezogen und frage mich, wie ich vorgehen soll. Ja, was meinst du, wie du da vorgehen sollst? Also erst mal cool, dass du dir zwei Monate lang unseren Content reingezogen hast. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ansonsten kommt es natürlich darauf an, welchen Deka-Fonds das ist. Also wenn sie fünf Jahre lang einen Deka-Fonds bespart und du aber jetzt verstehst, wie ETFs funktionieren, dann wirst du sehr wahrscheinlich zu diesem Deka-Fonds auch relativ schnell eine Alternative finden können. Also wenn das zum Beispiel so ein Deka-Weltfonds ist oder so, dann könntest du auf Welt-ETFs gucken, so ein Fuzi All World zum Beispiel, die in der Regel deutlich, deutlich günstiger sind. Und da kannst du ja dann die Kurse miteinander vergleichen und schauen, was besser gelaufen ist. Und vor allem auch die Kostenquote anschauen. Ich würde jetzt nicht schlagartig alles auf einmal verkaufen. Also kommt drauf an. Wenn das Portfolio sowieso im Verlust ist, dann könntest du teilweise verkaufen und Verluste quasi jetzt realisieren und auf dem ETF-Portfolio umsteigen. Wenn es aber noch sehr, sehr stark im Plus ist, was wahrscheinlich ist, also wenn du fünf Jahre lang investiert warst, dann gibt es schon eine gute Möglichkeit, dass du hier im Plus bist. Da würde ich dann nicht auf einmal verkaufen, denn dann entsteht ja direkt eine Steuerbelastung. Aber ansonsten würde ich überlegen, ob du nicht halt, wie gesagt, nochmal kostengünstiger investierst, weil du hast es ja jetzt drauf und dann kannst du es deiner Freundin ja erklären oder zeigen, wie das funktioniert. Und genau. Ich möchte für meine Tochter bald eine bestimmte Summe für die Zukunft auf Seite legen, in ETFs oder Festgeld. Kommt einzig und allein auf die Laufzeit an. Wenn es länger als 15 Jahre angelegt werden soll, dann ETFs, ansonsten würde ich eher auf Festgeld gehen. Elon Musk, Genie oder Wahnsinn oder beides? Ich glaube beides. Also ich kenne ihn nicht, ja, also könnt ihr euch sehr wahrscheinlich denken. Aber ich glaube, es ist beides. Ich habe auch einen Podcast gehört mit dem ehemaligen Siemens-CEO Joe Kayser hören. Und der hat mal mit Elon Musk gearbeitet und hat gesagt, es ist wirklich beides. Also wirklich der Typ ist ein Genie, kann von heute auf morgen aber so in den Wahnsinn umkippen. Und ich glaube, das gehört so ein bisschen zusammen. Aber ich finde gerade das, was dort auf Twitter jetzt passiert, ja, würde ich mal mit ein bisschen gesundem Abstand beobachten. Also jeder sagt ja jetzt, ja, er ruiniert Twitter, er macht Twitter kaputt und so weiter und keiner geht mehr auf Twitter. Ich würde ihm mal ein bisschen Zeit lassen. Also ich würde ihm wirklich mal so ein paar Monate Zeit einräumen, dass er mal wirklich aufräumen kann, wirklich gucken, was Sache ist. Also ein paar Fails hat er ja schon gelandet. Das mit der Entlassungswelle ist sicherlich ziemlich kritisch zu sehen auch. Aber wartet es mal ab. Ich glaube, der kann da was draus machen, was Sinnvolles draus machen, ja. Aber klar, ich meine, der Kulturschock ist natürlich gigantisch, ja. Ich meine, er ist sehr republikanernah und Tech-Firmen aus Silicon Valley und Co. sind natürlich eher deutlich, deutlich demokratischer. Ja, ich glaube, das ist ein ultimativer Kulturclash, der da jetzt gerade stattfindet. Und es muss so einen gewissen Bereinigungseffekt bringen. Dann gucken wir mal, dann gucken wir mal, was er daraus machen wird. Ich meine, er hat groß angekündigt, große Worte. Ich meine, Elon Musk wurde immer unterschätzt, also bei allem, was er getan hat. Wie oft hat man schon in der Tesla-Pleite gesprochen, von SpaceX-Pleite gesprochen, dass es unmöglich ist, die ganze Welt mit Elektroautos auszustatten, dass es unmöglich ist, wieder startbare Rockets zu bauen und so. Er hat jetzt alles gemacht. Ich glaube, bei einem Social Media wird er das schon schaffen. Von daher, ich wäre da vorsichtig, also ihn vorab voreilig zu, ja, wie soll man sagen, zu beurteilen, zu verurteilen. Was natürlich nicht so sauber gelaufen ist, ist natürlich die Twitter-Übernahme. Das fand ich natürlich ein bisschen, ja, ich meine, erst zu sagen. Aber gut, ich verstehe auch absolut, warum er sich da wieder rausziehen wollte. Er hat ein viel zu hohes Kaufangebot gemacht. Das ist wie, wenn ihr jetzt euch bereit erklärt habt, kurz bevor der ganze Markt nach unten gegangen ist und die Zinsen gestiegen sind, ihr euch geeinigt habt, mit einem Käufer eine Immobilie zu kaufen. Und auf einmal rauscht euch die Immobilienpreise runter und ihr geht zum Notar. Dann würdet ihr auch nochmal versuchen, nachzuverhandeln, ja. Also, okay, im Immobilienmarkt eigentlich nicht, weil so schnell können die Preise nicht runtergehen. Aber ich habe hier versucht, mal eine Analogie zu machen. Und ich meine, guck mal, als er seine Offer abgegeben hat für Twitter, hat Twitter ja viel, viel mehr Wert. Also insgesamt, ja, auch der gesamte Tech-Sektor. Ich hoffe, dieses kurze Video mit den Fragen aus der Community hat dir gefallen. Wenn auch du deine Fragen das nächste Mal im Livestream stellen möchtest, solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du nämlich informiert, wenn wir hier auf Überfluss live sind. Und dann kannst du deine Frage direkt in den Chat reinposten. Bis zum nächsten Mal.